Moin, 5.12 Uhr, die Nachrichten Heute ist der 21. August, mich lauste aber so ein lausiger Tag. Heute ist der Tag der Oberlausitz. Was das mit Schwerin zu tun hat, ähm, naja, ja, Schwerin. Überleben auf der Baustelle heißt es momentan für die Händler in der Wittenburger Straße. Wer sie unterstützen will, sollte sich feste Schuhe weg anziehen und denen ab und an die Läden leer kaufen. Das Wetter, total super für den 18. November, leider haben wir August. So, das war's für heute, schön warm anziehen und wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie doch selbst.